Vorzüglich vorgegeben und ein Hengst vorhin aus einem Fürstenkommarzieher Rubinstein von Bernd Böttmann hier aufs Lassdruck. Aber weder verwandelt noch verschwiegert. Ganz interessante Nachzuschau hier mit den ersten drei Danzador-Sprösslingen, die einen Eindruck machen. Das hat gepasst. Glückwunsch den Züchterninnen und Züchtern. Der letzte Meister Böttmann, der einmal zu mir herkommt, ich bin hier vorne. Wer hat mich? Bisschen drüber reden. Wir reden nicht, wir haben es. Herzlichen Glückwunsch euch allen mit schönen Applaus.